Mein Name ist Alexander Krodenski. Ich bin Vorsitzender der Jüdischen Hochschulgemeinde Bethel in Berlin-Brandenburg. Ich unterstütze das House of One, weil ich mir von diesem Projekt im Herzen des Schmelztikels Berlin Impulse für den Dialog, interreligiösen Dialog, interkulturellen Dialog und den Frieden in der Welt erwarte. Bitte bauen Sie mit uns am House of One und spenden Sie 10 Euro für dieses Wahrzeichen des Friedens und der Vielfalt. Vielen Dank.